Hallo und herzlich willkommen zur gepflegten Lego-Leitung! Hallo! Wir sind immer noch bei Lego Dimensions, wie ihr seht. Wir sind süchtig noch. Wir betreten nun eine andere Dimension von Nintendo. Genau. Jetzt sind wir bei den Levelpacks. So wie wird die nächsten Wochen mit Levelpacks zugeworfen? Ja, hier das Sonic Levelpack. Machen wir mal auf. Also nicht wandern, da ist es gebraucht. Das Süße hat keine Anleitung. Oh ja, ich habe die schon gefragt. Ich hole euch erstmal ran. Also in dem Teil sind jetzt drei Figürchen drin. Also eine Hauptdiko und zwei Wege Hickel. Ja, wer Sonic nicht kennt, hat die Welt verpennt. Oh ja, Sonic ist geil. Und nichts weiter zu sagen. Und Tobias erklärt uns jetzt mal. Ja, was mit den Levelpacks ist. Also man hat ja so eine Figur. Und dann werden Höhlen freigeschaltet. In diesen Höhlen sind Portale. Wenn man dieses Portal betreten möchte, braucht man diese Figur. Von wegen Anleitung. Ja. Da ist gar nichts drin. Gar nichts? Nein. Doch. Nein, doch. Ohne Mist. Kein Sonic, kein Nix. Kein Sonic, ehrlich? Da müssen wir uns alles aus dem Netz laden. Danke Nintendo. Okay. Und danke Lego vor allen Dingen. Das wundert mich jetzt. Muss das Sonic nehmen? Das Problem ist, ich habe jetzt zwei hier. Bauernleitung mit Vermerk in A oder V. Den dann hier. Ne, 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 den haben wir ja. Ah ja. Stimmt. Was ist denn der Unterschied zwischen den beiden? Warte mal, das ist 12 MB groß. 12,6 der ist größer. Vielleicht ist da ja mehr. Ach ja, richtig. Aber wir laden ja aus. Ich wollte ein bisschen Akku sparen, damit wir noch über die Runden kommen. Lego. Ja, auf jeden Fall, bevor man das Portal betreten möchte, muss man diese Figur haben, um da überhaupt reingehen zu dürfen. Also man setzt hier dann drauf und schaltet das Level dann frei. Ah, okay. Ne, das ist toll gemacht eigentlich. So. Aber, ne. Von der Anleitung bin ich immer noch begeistert. Ja, ich auch. Also, dass das so kompliziert ist, das hätte ich mir nicht gedacht. Alexa, lies mir die Anleitung vor. Ja, genau. Das ist witzig, ja. Wahnsinn. Da ist er. Wobei der hätte nur auch selbst drauf kommen können. Das ist jetzt nicht so, ehrlich. Ey, der sagt ihm, dass da noch was zukommt. Was? Ja, der hat tatsächlich einen riesen Ring in der Hand. Cool. Genau. Also, auf 100 Ringe gibt es extra Leben, oder wie war das? Ja, genau. Richtig. Ähm, ja. Ja, der musste an der Seite so drauf, nein. Ja, genau. Den kleinen Lubschneed da rein. Den kleinen, nicht den großen. Ah, ja. Ja. Genau. Wir haben das schon mal irgendwo. Ja, irgendwo, ja. Ich guck mal, vielleicht ist ja der Rest doch drin. Ich glaube ja nicht. Nein, natürlich nicht. Also, sehr gut. Hättet ihr wirklich mehr machen können. Die Ghostbusters haben wir schon. Die fantastischen Tierwesen haben wir auch schon. Super. Ja. Ich freue mich. Da brauche ich gar nicht hin. Aber schön, der ist auch. Der ist auch nicht. Der ist auch nicht. Der ist auch nicht groß. 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 Der müssen wir noch aufhören. Den Wagen machen wir jetzt. Also nächstes, den habe ich gerade einmal aufhören. So. Fertig. Genau. Gibt es ein Sonic-Spiel, in dem er Auto fährt? Gute Frage. Ähm, ja. Gut. Weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe mal Sonic, also die klassischen 1-3 mal ein bisschen gezockt. Wobei ich kann... Oh, Mensch. Stopp. Der muss doch nur... Ja, ja. Ist ja gut. Muss ja nur. Ist ja ganz logisch. Wie ihr merkt, wir verbinden uns blinden. Ich kann es ruhig. Aber Sonic & Knuckles habe ich schon nicht mehr gespielt. Okay. Irgendwie. Ja. Und CD und was danach. Was ich mal ganz cool fand, war Sonic Heroes. Das hatte ich mal für den PC. Am besten einmal hinlegen. Wollte ich mir für die Xbox Uhr nochmal besorgen, Sonic Heroes. Mhm. Viele sagen, das ist scheiße. Aber ich fand das ganz gut. Es ist auch ganz gut. So. Genug gespielt. Das ist doch kein Spielzeug. Das ist doch kein Spielzeug. Lego ist zum Spiel da. So. Nicht nur zum Angucken. So. Jeder macht ein Türbchen. Ja. Die ist so gut. Ja. Wir klappen uns in die selben Blättchen. Obwohl noch ein Zeiss. Gut, dass das bei den Frauen nicht sagt. Ja. Wichtig. Kurz gesagt, wir haben ja verschiedene Geschmäcker. Ja. Du nimmst du dir und ich bleib im Ring stehen. Nein. 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 Doch ist das auch. Herrlich. Ich bin so witzig. Komm, wir wissen es doch. Meinst du? Ja sicher ist das schon fertig. Kommt doch ein bisschen voraus an. Ein bisschen, ja. Ne, da kommen die Weißen rein, nicht die Blauen. Okay. Dann die Weißen. Ja, das sieht man doch. Das weiß man doch. Genau. Ja, das ist was. Der kommt da hin. Ich bin gerade am überlegen. Einer, wo kommt der hin hin? Einmal Reifen wieder. Reifen wieder. Und dann schon durch, ja. Dann müssen wir eigentlich. Nicht? Ne. Ach Lego. Die wollen tatsächlich mehr von uns. Glaubst du das? Wir müssen mal den Preis noch mal an. So. Kannst. Immer noch nicht. So, das ist gut. Da drüber. Anders um. Mh. Tja, das ist so ein bisschen, vor allem diese, bei Sonic 1 speziell die zweite Welt, in dieser Lava-Unterwelt, da kannst du gar nicht rennen. Weil da bist du sofort tot. So. Und, ähm. Das war für mich immer so ein bisschen Widerspruch. Mh. Deswegen bin ich mit Sonic nie so warm geworden. Ah, kommt die lange drauf. Ja, aber da kommen noch Flotten drunter. Ja, ich wollte es nicht. Ich weiß ja, ich... Ja. Ich verstehe das aber. Ich reichte auch nur ein Finger. Ja. Cool sieht der lange aus. Ja. Kommt der noch auf die Platt fahren. Jetzt quasi nur auf welche. Ja. Ich glaube das ist wirklich, das hat noch irgendwas anderes zu tun. Normalerweise muss der ja im Flugzeug vom Auto hier so unterscheiden können. Ja, ja. Wäre nicht schlecht, ne? Hast du deine Nummer draus stehen? 395 S6 oder sowas? 3956 hab ich auch, ja. Großartig. Tja, wir werden es ja fahren. Richtig. Spätestens zwei verschiedene. Das wird uns jetzt bei jedem Levelpack passieren, kann das sein? Bei jedem Pack, was wir haben, ja. Aber es ist ja dasselbe, oder? Ist ja irgendwas mit Farbe anders oder so? Nö. Nö. Ich denke mal, irgendwie ist das schon geregelt. Es sagt ja auch das Spiel, baue das jetzt auf und dann wahrscheinlich wird das dann gespeichert. Das ist genau das, die das Plattform ist. Kann ich mir nicht. Meinst du, das ist beschreibbar? Ah, das kann ich mir nicht vorstellen. Dass das ein Ramm ist und kein Ramm? Ich guck mal, da gibt es bestimmt auch Hacks für oder so. Dann kann man die Dinger beschreiben und dann ist das alles möglich. Das wäre ja auch mal ganz cool. Ich programmier mir jetzt ein Porsche oder so. Und dann das. Wie viele Minuten haben wir? Sollen wir noch den Tornado? Ach Gott, ja sicher. Ja, natürlich. Alles raus. Sollen wir noch den Tornado? Ich bin schon wieder beim raus. Das ist ja Blödsinn. Müssen wir ja noch. Den Tornado? Ja, ist ja richtig. Entschuldigt. Den wollen wir euch ja nicht freuen. Jetzt wollen wir schon alle Anleitungen haben. Zumindest für das Päckchen. Bestimmt auch so. Juhu. Juhu. Ja, ist ja erst geplänkelt vorher. Ah ja, das kann ich. Sicher? Ja. Ja. Fertig. Und ich flieg, flieg. Was? Kommst du nicht mit oder was? Los? Ey, du bist so stark. So stark, stark wie ein Tiger. Entschuldigt bitte. Es waren zu viele Konzerte die wir wollen. Ja, wirklich. Ja. So ist es. Ach, jetzt weißt du es schon auch. Ach so, da muss noch was drauf. Die schwarze Penampel. Was machen wir denn noch dran? Dieses kommt noch was, wenn man zu schnell ist. Bla 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 bla. Ja, bei uns ist immer was los. Lass mich nichts vorstellen. So. Nicht? Nein. Verdammt. Schon gar nicht von dir. Ich lass das mal auf Vertrauen, dass es richtig ist, drauf. Ja, richtig. Dann sparen wir uns vielleicht einen Schritt. Scheiße. Buse buchen. Wer hat denn das dahin gemacht und warum? Das gehört offenbar nirgendwo irgendwie da drauf. Ja, verzehrt. Oder das gehört jetzt zu den anderen, dass das kein Flugzeug war, sondern du kannst ja noch was anderes drauf bauen. Kannst du noch was anderes drauf bauen. Ja, richtig. Das wird's gleich nicht sein. Drei Dinger kannst du ja aus einem bauen. Spiegel, Spannung, YouTube vielleicht? Ja. Speedbuilding. Also sind das sozusagen Transformers hier. Ja, nicht so richtig. Muss ja mal alles auseinanderpflücken. Ich stell mir das grad vor, du kommst in so ein Level, da brauchst du kein Flugzeug, sondern was auch immer das noch sein kann. Richtig. Und dann musst du es erst umbauen? Erst umbauen, ja. Ach du meine Güte. Aber wir machen erstmal die Stadtart. Ja, dabei bleibt's dann auch. Zumindest für heute. Ja. Ja. Wir werden das Spiel heute bestimmt nicht durchspielen können. Ne, durchspielen nicht. Das wird Zeit. Aber muss dann nicht das Blaue, oder? Nein. Also ich bin eher für das Blaue. Du willst für Blau? Das sieht schon aus. Ach so, das kommt hier drauf. Das will er uns sagen. Ach so, ja. Ich will grad nochmal legen, was will er uns denn sagen. Ja, manchmal ist das nicht ersichtlich. Okay. Mach mal weiter. Und die kommen. Ich teig nach innen. Habe ich das falsch schon gemacht? Ich teig nur nach innen, das ist alles. Nein, ich hab's schon wieder versucht. Alles gut. Watte, Watte, Watte. Ja, sonst wirst du auch immer so schnell. Boah. Ja. Es gibt dann mal Gas und dann schlägt da. Ja, nur ich muss ja wenigstens wissen, wo es hinkommt. Das Zusammenbauen geht flotter. Da willst du auch richtig drauf setzen. Das war's schon. Das war's schon. Aber der Propeller ist aber gar nicht dran. Richtig. Die Flügel nach unten geladen, das kannst du dir merken. So, jetzt kommt der Propeller. Ne, ne? Doch, ist er. Hier ist der Propeller. Und das war runter, hast du gehört, so. Flügel hast du runter? Ja, hast du. Natürlich. Nur muss man bei dir gucken. So, jetzt hab ich auch falsch rum gemacht. Schon gewundert, wenn man nicht hält. Hm. Das ist ja auch richtig rum sein. Ach, diese, die kennen wir auch. Ja, für Feuerlöscher und so werden die like. Ach, es ist zu bitter. Der kommt noch her. Genau. Stupid. Passiert. Das war's. Ich denke mal, die resten Teile sind für die anderen. Tada. 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 Ja, alles dreifältig. Das war's. Sonic. Sonic, oder Sock. Sonic, der Headstop. Genau. Jetzt müsste der Ring, der hätte jetzt muss leuchten sein. Alles okay. Jetzt will ich kleinlich sein. Ja. Alles gut. Und wieder mal steigen sie ein. Okay. Wir sind uns dann beim nächsten Level weg. No? Guck den Leuten wenigstens in der Augen, wenn du dich verabschiedest. Ab jetzt. Ne? Also wir sind uns beim nächsten Level weg. Ne? 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 Wie Merkel immer so gesagt. Ne? Uns geht das gut. Und das ist gut so. Genau. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Mal. 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 Vielen Dank.